Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo ihr Lieben, Lieben, Lieben. Herzlich willkommen zu meinem ersten ASMR-in-my-car-Video. Und es ist tatsächlich nicht mein Auto, es ist das Auto von meinem Freund und damals von seinem Opa. Wie ihr vielleicht hört, bin ich im Freien. Links und rechts sind etliche Wohnungen. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein paar Leute sind, die auf mich drauf gucken. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall mache ich heute ein super, 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 super Glow-Fi-Video in einem Oldtimer. Dieser BMW ist nämlich ein E36, Jahrgang 91. Genau. Und ich dachte, wir machen einfach ein paar Sounds damit. Ich filme jetzt nur mit meinem Handy. Ich hoffe, man kann etwas hören und nicht unbedingt nur, dass ich mit meinem Handy filme. Aber ich liebe die Sounds. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass Autos entlangfahren. Und hier seht ihr meine Schuhe, ja. Geschmackssache. Aber sie sind schöner. Und... Wie so? Ich glaube, wir machen ち deficient den... Ich bin Control. Ich bin Control. Ich Koffi, ich bin αGI. Ich glaube, ihr... ... Also nicht, die Batterie ist nicht mehr die beste. Irgendwie ist das so ein Oldschool-Ding, ich glaube, gefühlt jeder Opa hat hier so ein Rosenkreuz hängen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0. Mit elektrischen Fensterhebern. Und hier ist natürlich noch eine Kassette. Und das ist so ein Adopter. Das man mit einem Handy dann muss ich gucken. Und das hier ist dann ein Adopter für unser iPhone. Und das ist so kalt, Leute. Ich muss unbedingt daran denken, dass ich das Kennzeichen von dem Auto vor mir verpickste. Zigarettenhund. Das hier ist der Autoschlüssel. Mit diesem Anhänger hat mein Freund damals als Kind schon gespielt. Der Schlüsselanhänger ist eben auch 30 Jahre alt und mein Freund fast. Also ja, das Auto hat sein ganzes Leben begleitet. Und dann mit einem Anhänger aus Sri Lanka. Das hinterher ist also Anfang k Impact. Das zeigt Gracias, nicht warum. Für ihn. Ich brauche die Doktor. Oh, da muss ich das andare. Und heute ist tatsächlich so ein richtig schöner, sonniger Tag. Verpflegungsamt der Bundeswehr Mehrzweckstuchinhalt eindrufen. Krista Burke, Flying Colors. Ja, wir sind endlich mit Full School unterwegs. Aber tatsächlich, mennert Krista Burke. Geile Lieder. Ja, mein Freund ist sehr ordentlich mit diesem Auto. Oder allgemein ordentlich und auch mit dem Auto. Deswegen hier liegt hier nicht zu viel rum. Neh, 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 neh. Neh, neh. Oh, es ist so kalt, meine Hände frieren halt. Oh, 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 oh. Just listening to some nice things. 60 Liter, 60 Liter, soviel passt in meinen nicht rein. Ich habe eine Port Fiesta, aber der ist super dreckig. Also hätte ich dann vielleicht ein Dirty ASMR in mein Car machen können. Let's get dirty in mein ASMR Car. Soviel. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht, wann immer ihr dieses Video anschaut. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bye.